Die Vorteile des Autostores im Vergleich zur normalen Kommissionierung sind erheblich. Das erste ist, die Warte kommt zum Mann. Das heißt, ich spare mir die Laufwege oder auch Fahrwege, was natürlich gut für den Rücken ist. Ich kann hier auf diesen Ergomatten stehen, die den Rücken auch unterstützen und man braucht nicht mehr so schwer heben, weil alles auf einer ökonomischen Höhe ist. Ich brauche an keiner Palette vom Boden was abheben, weil ich nehme es auf Bauchhöhe raus und kann es auch auf Bauchhöhe in den Wagen einlagern. Da habe ich den Schädigen viele Vorteile für die Gesundheit, die man in der normalen Logistik nicht hat. Wir befinden uns jetzt hier am Kommipopper, auch ein neuer Bereich bei uns in der Firma DAB. Und hier haben wir auch einige neue Vorteile eingeführt. Wir haben auch wieder die Warte zum Mann Situation, wo diese Hängebahnen und Paletten zu dir an den Arbeitsplatz gefahren werden. Das heißt, du hast nicht so viele Laufwege. Du kannst auch den bequemen Ergomatten stehen, was wieder erforderlich für den Rücken ist. Und auch noch zu einer Unterstützung, für schwere Sachen haben wir noch unseren Hebekran, mit dem wir Gebinde, die schwerer sind, ganz einfach hochheben können, um sich viel anstrengen zu müssen. Was auch noch ein Vorteil ist, man hat die Funktion, die Paletten sich anzupassen. Ist man kleiner, kann man sich die Paletten runterlassen, ist man größer, kann man sich die Paletten hochfahren lassen. Alles individuell gestaltbar. Also hier kann man sich jeder arbeiten, ob klein oder groß. was auch noch schlecht ist. Musik 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 Musik